Roberto hat in einer anderen Gewichtsklasse wieder einen Titel gewonnen, das heißt er ist Double Champ, Champ Champ, dort bei Inferno FC, auch richtig cool bei zwei Gewichtsklassen. Ich hätte jetzt nicht glauben, was passiert ist. Ich bin herkommen zum Filmen und Roberto zwingt mich mit zu trainieren. Es war drei Wochen später der Alex-Fight, glaube ich. Wir haben den Kampf mit Alex und ich bin immer mit ihm trainiert und immer auf dem Kampf. Und ich war auch bereit für meine eigene Kampf. Titel-Fight in Inferno, 77kg. Also habe ich den Kampf in 74.5kg. Das ist super light weight. Und jetzt, in ein paar Wochen, habe ich den Titel in 77. Also, du bist der Champ Champ. Ja, der Champ Champ. Ja. 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 never. Ja. Ja, ja. 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 Es war ein bisschen, aus dem letzten Spiel von Alex, dass er diese Injury hatte. Wir waren ein bisschen down. So bringen wir das Spiel gegen, und das Wunsch für die ganze Team. Wir müssen das wiederholfen, und wir uns wiederholfen, wiederholfen, zurückzukommen, und wiederholfen von der Injury, und wiederholfen, und wiederholfen, und wiederholfen, die wir wollen. Ich habe das Wunsch für mich, um diese Wunsch zu bringen, um das für die ganze Team zu bringen, um diese Glückwunsch zu bringen, um zu zeigen, dass wir das richtige Training machen und wir trainen wirklich hart, um zu diesem Level zu kommen. Von Südamerika zu Europas, um hier zu gewinnen, ist eine gute Sache, für mich und die Team. Ich habe den Plan A gewonnen, die ich gut bin, so wir sehen, ein paar Punches, ein paar Kicks, und dann, ich shoot für die Double Leg, ich bekomme eine Takedown, mit dem Boden auf der Grund, mit gutem Position auf dem Boden. Er war able, zu kommen, und ich shoot wieder, für ein Single-Double, ein Single-Double, und dann, und wir gehen gegen die Cage, und dann, und ich kontrolliere den Backen, und dann, ich bekomme den Rearnacken, von der Hintergrund. So, Mata Leon ist eine gute Position, zu Ende. Es war in der ersten Runde, also, ich bin glücklich, dass das Spiel nicht länger war, weil mein Mann in sehr guter Form war. Ja.